Mehr Seelsorge und weniger Verwaltung, mehr Mission, weniger Gleichgültigkeit, mehr Beweglichkeit, weniger Starrheit, mehr Subsidiarität, weniger Zentralismus. Das sind meine persönlichen Hoffnungen, die ich mit dem pastoralen Zukunftsweg in unserer Diözese verbinde. Und seit dem vergangenen Wochenende bin ich mir sicher, es wird in diese Richtung gehen. Denn am vergangenen Wochenende tagte unser Diözesan-Pastoralrat, das wichtigste Beratungsgremium für unseren Kardinal. Da wurde diskutiert, wie es in einigen Jahren in unserem Bistum weitergehen soll. Kernpunkte der Diskussion waren erstens, wir suchen nach einer vereinfachten und verschlankten Form von Verwaltung für unsere Pfarreien. Darum sollen aus 170 Seelsorgebereichen circa 50 bis 60 Pfarreien werden. Zweitens, die Menschen haben das Recht auf eine kirchliche Heimat, da wo sie leben. Darum werden die Pfarreien aus vielen Gemeinden bestehen, die im jeweiligen Veedel oder Dorf sind. Und unter dem Dach einer Pfarrei können sich auch neue Personalgemeinden bilden. Drittens, der Pfarrer leitet die Pfarrei, macht aber nicht alles allein. Er arbeitet vertrauensvoll mit einem Team von Verantwortlichen zusammen. Die bestehen aus Christen, die vor Ort Verantwortung übernehmen, dass Christus bei den Menschen ankommen kann. Und dabei wird der Pfarrer von einem Pastoralteam unterstützt. Bestehend aus Pastoralgemeindereferentinnen, Diakonen, Priestern, Verwaltungsleitern, Engagementförderern und Musikern. Und viertens, Ziel von allem ist, dass Gott die Herzen der Menschen berühren kann und sich deren Leben dadurch zum Guten verändert. Dafür ist die Kirche nur ein Werkzeug. In den kommenden Wochen wird in unseren Pfarreien sicher viel darüber diskutiert, sicherlich auch kontrovers. Im Nachtgebet bete ich darum, dass wir aufeinander hören und dass wir unterscheiden können. 22 Uhr, DOMRADIO.DE, dein Weihbischof Ansgar.